Ich muss mich natürlich jetzt erst mal ein bisschen einfinden. Kann ich irgendwie, kann ich da noch was nehmen? Ich habe irgendwie Angst, alles zu verpassen. Aua. Ah, genau. Solche Sachen, die da stehen. Was haben die da? Kann ich nichts tun? Die Granaden haben wir alle. Also haben wir früher besser gesagt. Puh, ich muss gerade ein bisschen verschnaufen. Die Westgrenze ist sicher. Die Frontlinien sind überwacht. Wo geht's denn? Hier geht's weiter. Hier ist nichts. Da kann ich nicht durch. Da muss ich wohl zurück. Alter. Das war gemein. Damit habe ich nicht gerecht. Was? Alter, was? Da war doch gerade ein Hund oder sowas. Alter. Was? Was? Was ist das denn? Okay. Ich werde in diesem Spiel tausend Tode sterben. Ich werde in diesem Spiel tausend Tode sterben. Das war wieder ein Hundi. Ein Hundi. Ein Hundilein. Vorsichtig. everywhere. Die. Die. Mitzi. Munition. Die. Die. Was ist das denn? Okay. Ich merke, dass ich das Spiel wirklich nicht gespielt habe. beziehungsweise dass es schon blieblich lange her ist. Ja, hier waren wir doch schon. Wo muss ich denn lang? Irgendwie da hinten? Ich wollte gerade nachladen, Junge. Läuft bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich will das schon gut finden. Ruhig bleiben. Na komm. Das ist einfach zu dem Zaun des Krieges. Die Auslösung des Lebens an sich. Okay. Wir sind hier nicht in Call of Duty. War da was? Da ist jetzt ein Ding, aber da können wir nichts tun. So. So. Da ist es nicht. Da. Da ist es nicht. Dann. Da ist es nicht. Das ist leise. So. Gleichen ist dann lieber meine Taktik. So ist nichts. Ah. Wir können also so auch noch den Helm wegnehmen. Aber ich kann es nicht nehmen. Okay. Ja. Komm. Wo ist es? Jetzt. Das war jetzt gerade ein bisschen hakelig, das zu nehmen. Warum weiß ich nicht? So. Nicht. Wie ist die geile Waffe da gerade blieb? Schalte Kommandant raus. Ein Kommandant kann per Funk Verstärkung anfordern. Wenn es dir gelingt, alle Kommandanten in der Nähe unbemerkt auszuschalten, können sie weder Alarm schlagen noch Verstärkung rufen. Wenn du bereits aus allen Rohren feuerst, versuche zuerst die Kommandanten zu töten, bevor sie ihre Funkgeräte einsetzen. Solange er nicht tot ist, wird der Kommandant unablässig Verstärkung anfordern. Dann versuchen wir das also leise zu machen. Ja, das geht. Haben wir irgendwas mit Schalldämpfer? Das ist nur einer, oder? Oh, jetzt können wir mit einem Messer werfen. Sehr schön. Jetzt will ich... ...dann werde ich sterben. Hier müssten alle weg sein. Ich habe... ...Hoffelst zumindest. Das ist nur... ...das ist auch... ...dann... 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 ...dann ich... ...dann ich... ...dann... ...dann... ...git nicht. Schade. Okay, dann gehen wir da rein. Genötigt Bombe. Okay, wir müssen also eine Bombe haben. Schauen, ob wir das auch wieder unentdeckend machen, was wir da noch tun. Kommandant. Gibt es hier keine Möglichkeit, irgendwie sich umzugucken? Warte mal. Ah, lehnen. Warte mal. Lehnen. Alt-Links. Das war nicht das, was ich wollte. Achso. Achso. Okay. Da haben wir einen und da hinten haben wir einen. Wo ist der Kommandant? Jetzt haben wir ein Problem. Scheiße. Einfach reinballern. Der Kommandant ist tot, oder? Scheiße. Ich habe keine Munition mehr. Ja. asseg ног films. Gar keine 무너 schatz hier. Das ist eine Realität dr. Dav better. Okay. Das müsste sehen Ö. Biste der Herrscher. O me actively ver minut Cutter. Oh nein. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und? Jetzt ist ein Ball. Alter Schrieder. Was mache ich hier nur? Da liegt überall Zeug drin. So, das hebe. Ach so. Wir müssen hier alle Munitionen, die wir kriegen, mitnehmen. Ich glaube, das ist wichtig. So viel ich von Wolfenstein kenne, ist Munition eine wichtige Sache. Okay, wir haben alles. Warte. So, wo ist die andere? Die finde ich nämlich ganz gut. Bisher. So, habe ich jetzt alles? Ne, jetzt habe ich alles. Weiter geht's. Wir können keine Rüstung mehr nachehlen. Wir haben alle Munition. Was wollen wir mehr? Okay, jetzt müssen wir wohl die Bombe setzen. Das ist verdächtig ruhig. Das ist verdächtig ruhig. Sie zerlegen ganz guter Junge in den Wolken. Cool. Ist das eine gute Idee? Hauptstadt-Mädels. Schick, schick. Er kann nicht allein zu... Er kam nicht allein zum Mond. Das staatliche Mondkolonisierungsprogramm. Hilf deinem Land auf dem Weg in die Zukunft. Jetzt anmelden. So, können wir die Waffe wegwerfen. Das ist gut. Schalte die Kanonen aus. Schalte die Kanonen. Ich würde mir ein Scharfschützengewehr wünschen. Hier ist kein Kommandant, oder was? Doch. Alter, warum hat der mich gesehen? Okay, ja dann. Ich hoffe, ich treffe die nicht. Irgendwie ist das, glaube ich, die schlechte Wahl. Komm. Es dauert immer ein bisschen, bis die losliegt. Okay. Na super. Nimm doch nicht die wieder auf. Den muss ich haben. So. Ganz ruhig. Der Tod lauert auf euch. Niemand kann euch schreien hören. Es ist ruhig geworden. Dankeschön. Dankeschön. Was zur Hölle passiert hier? Alter. Habe ich schon erwähnt, dass ich eigentlich nie Shooter spiele? Oder so gut wie nie? Ich bin ein bisschen ruhig geworden. Okay, Munition haben wir. Eieieieieiei. Ich bin ein bisschen ruhig geworden. Ihr könnt euch etwa vorstellen, warum. Alter, mir schwitzen die Hände. So. Ich habe mir auch keinen Kaffee dazu genommen. Das ist auch ungewöhnlich. Da war was. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber ist gut. Oh. Was haben wir denn hier? Ein Lüftungsschacht. Alter, was ist das hier? Wahnsinn. So viel, das hat sich verliebert. Ich war zu lang. So, und zuerst. Keiner weiß, wie es dazu kommen konnte. Sie haben alle unterworfen. Sie haben unsere Freiheit gehaubt. Wiedergerissen, was über Jahrhunderte entstanden ist. Sie haben die Welt mit ihrer Macht terrorisiert. Millionen wasgelhaft. Aufstände. Rebellion. Widerstand. Zack, wetscht unter ihren beisernen Stiefeln. Sie schreiben die Geschichte neu. Bra lebt ihrer Macht. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Aber das ist ein tödlicher Fehler. Aber das ist ein tödlicher Fehler. bis zum nächsten Mal. if